Im Hadith von Mu'ad ibn Ujabbal sagte der Prophet sei in deinem Dein aufrichtig also habe Ikhlas sei aufrichtig mit dem Dein ist hier gemeint die Handlungen sei in deinen Handlungen aufrichtig und es reicht dir es reicht dir schon ein wenig an Handlungen wenig Handlungen mit Ikhlas sind ausreichend Das ist ein Hadith ebenfalls ein Hadith von Anas der aber der ist bei al-Daraqutnu überliefert ist taif aber die Bedeutung ist akzeptabel das was dieser Hadith aussagen möchte den Sinn den Inhalt den er vermitteln möchte ist akzeptabel und widerspricht sich nicht anderen Texten das ist der Hadith von Anas ibn Malik Darin er sagt Anas ibn Malik sagte wenn der Tag der Auferstehung einbricht werden die Malaika mit versiegelten Schriften kommen versiegelten Register diese Tatenregister Sohuf und dann wird Allah Ta'ala zu ihnen sagen nimmt dies und jenes fort nimmt es raus oder schmeißt es fort dann werden die die Malaika sagen das sagt Anas bei deiner Glorie wir haben nur aufgeschrieben was er tatsächlich getan hat also sie der Grund warum sie dies äußern ist weil sie sich fragen warum diese Handlungen rausgenommen werden sollen aus seinem Register wir reden von dem positiven Tatenregister wobei sie doch nichts hinzugefügt haben oder niedergeschrieben haben was nicht tatsächlich auch stattgefunden hat und dann sagt Allah Ta'ala diese Handlungen wurden nicht für mich getan diese Handlungen wurden nicht meinetwegen getan und heute nehme ich nur an was meinetwegen bewerkstelligt wurde ebenfalls in einem ähnlichen Hadith der also in dem Angel und Drehpunkt der gleiche ist wie bei dem soeben genannten der ist aber auch raif auch schwach der ist im Sucht von Ibn Mubarak überliefert aber auch der Inhalt ist wieder akzeptabel die Botschaft die vermittelt werden muss ist akzeptabel und zwar sagte er sagte er sagte der Prophet oder soll gesagt haben die Engel heben die Taten des Dieners empor sie heben sie empor zu Allah und loben loben die Handlungen loben die Handlungen und erachten sie als als vielzählige Handlungen also sie zählen viele Handlungen für einen bestimmten Menschen da gibt Allah Ta'ala ihnen ein ihr seid die Behüter oder die Wärter Behüter und Wärter der Handlungen meines Dieners und ich bin Hüter und Wärter ihrer Nufus wenn Nufus ist gemeint das Innere das Innere des Menschen also die Bewegung seines Herzens seine Absichten seine Intentionen und so weiter und dann sagt Allah Ta'ala mein Diener war in seinen Handlungen nicht aufrichtig er war nicht aufrichtig darum führt ihn zu Sijin Sijin ist euch bekannt? schon mal gehört von Sijin und Illiyin das kommt in Surat al-Mutafifin vor Surat al-Mutafifin das sind zwei zwei Stufen oder Ränke im im Paradies und in Jahannam Sijin gehört zum Jahannam kommt aus dem Wort Sijin was Ein-Kerkern heißt Einsperren das Sijin ist also ein Ort der Sperre führt ihn zu Sijin und dann sagt er weiter und sie steigen empor mit Handlungen eines anderen achten sie aber für gering sehen sie gering an in ihrer Anzahl und dann sagt Allah Ta'ala wieder dieselben Worte ihr seid Werther und Hüter der Taten der äußerlichen Handlungen meines Dieners und ich bin zuständig für sein für sein Nafs für das was in seinem Inneren vorgeht فضاعفوه وجعلوه في الليين ضاعفوه vervielfacht diese Handlungen vervielfacht die Handlungen und führt ihn in Illiyin Illiyin ist eine Bezeichnung für einen Rang im Paradies und es ist tatsächlich so dass der vollständige Ikhlas in deinen Handlungen ich meine mit dem vollständigen Ikhlas dass du in deinen Handlungen wirklich nichts anderes bezweckst als das angesichts Allah Ta'ala als die Nähe zu ihm sowas ist sehr selten es ist sehr selten und deswegen hat der Ikhlas auf diese hohe Stellung und deswegen sagte sagte Abu Suleiman Abu Suleiman sagte frohe Botschaft oder Heil dem der einen einzigen Schritt in vollkommener Aufrichtigkeit tätigt Dos die